Ja, Moinsen! Jetzt geht's jetzt weiter, wir müssen jetzt zum Büro, weil wir haben ja den Fatzken umgebracht hier, den komischen Sklavenhändler oder was das sein soll, der ja angeblich gar nicht so böse ist, wie er sagt. Da drüben ist unser Büro. Ich weiß noch nicht, ob ich dem glauben kann, oder dem, nach dem wir hier arbeiten. Wird man es sehen, würde ich mal sagen. Ja! Super! Äh, was? Quatsch! Na! Dann geht! Kehrt zu dem Alten zurück! Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht! Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Und? Tschüss! Du komischer, komischer Typ, du! Ding, du! Okay! Okay! Dann wollen wir mal... Was? Was jetzt? Wollen wir vorspulen? Jawohl! Ja! Spur mal! Spur mal vor, da brauchen wir nicht so viel laufen! Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten! Ja, mach ich! Um... Haha! Um... Haha! Oha! So, spul mal! Bisschen schneller jetzt hier! Haben wir keine Zeit, Mann! Hm? Mich düngt, ihr hattet Erfolg? Der Sklavenhändler ist tot! Ja, die Vöglein haben es mir bereits geflüstert. Der Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Es mangelt an Arbeitern und Soldaten. Diesen Mann zu töten, hat zahllose Leben gerettet. Ihr habt den Sarazenen und Kreuzfahrern ohne Frage zusätzliche Truppen versagt. Es sind finstere Zeiten, wenn Leben mit Gold aufgewogen werden. Erst recht, wenn es so geringe Mengen sind. Er sah es anders, behauptete, es wären keine Sklaven, dass er ihnen helfen würde. Wisst ihr, woran man erkennt, ob ein Mann dem Wahn verfallen ist? Sie sprechen mit sich selbst, verletzen sich. Nein. Es sind jene, die sprechen und handeln, als wäre alles in Ordnung. Ich verstehe nicht. Nur wenige gestehen das Böse ein. Es ist stets zweckgebunden. Stets erklärbar. Also hat er gelogen? Ich war nicht dort. Hörte seine Worte nicht. Aber ja, so ihr die Wahrheit sagt, wollte er wohl nur seine schändlichen Taten entschuldigen. Aber ich sah sie. Die Männer und Frauen, die Sklaven sein sollten. Eine absonderliche Auswahl. Alt. Krank. Toll. Schwach. Ja. Wie kann man einen besseren Soldaten erschaffen, als ihn aus einem gebrochenen Mann neu aufzubauen? Gebt ihm, was ihm gefehlt hat und versprecht ihm noch mehr. Das scheint mir sehr aufwendig. Das ist es. Aber im Gegenzug erhält man Treue. Mit dem Wissen um ihre Vergangenheit würden diese Männer ihren Rettern niemals verraten. Eine interessante Theorie. Seht ihr? Es gibt noch viel, was ich euch lehren kann. Alle betrügen. Alle anderen. Sich selbst. Lernt diesen Schleier zu durchschauen. Und erkennt, dass nichts wahr ist. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wow. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Okay. Was haben wir jetzt? Wurfmesser? Wir haben ja ein Wurfmesser. Genau. Genau. Wir gehen mal lieber trainieren, würde ich sagen. Mal gucken, wie das hier so funktioniert. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Oh, könntest du? Meine Fresse. Einfach da lang. Alter, ihr, mich denkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Immer diese Schüler. Nee, 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 nee. Kampftraining, Messer werfen. Hätte ich gerne mal. Wie mache ich das? Drücke 1 für Wurfmesser. Also, um zu werfen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ha, ich bin der Besser. Nee, 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 schon gut. Ja, ich bin mir ganz sicher. Ihr seid beschäftigt. Ja. Ich muss mal los. Okay, dann wollen wir mal zum nächsten. Da war ja noch, wie hieß die Stadt? Ja, geh weg. Dann geh da nie wieder. Das bewerfe ich dich mit Wattebällchen. Weg. Wovor flieht dieser Narr denn? Weil er ja auch flieht. Sieht das aus wie fliehen? Ja. Mal gucken, ob das eine Abkürzung ist. Ui, 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 weg. Ja, alle weg, alle weg, alle weg, tot, tot. Ich bräuchte hier eine Hupe. Ne, scheint eine Abkürzung zu sein. Ist schon kürzer. Ach, echt? Wo ist mein weißes Pferd? Da ist mein weißes Pferd. Guck mal her, mein Gott. Juh, dann wollen wir mal los. Und natürlich noch schneller. Und Kurve. Eieiei, eieiei, eieiei. Schön mit Vollspeed hier über den Highway. Kurve. Und heppa. Und weiter. Jibbi. Juh. Walala, 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 walala. Juh. Hätten wir dich? Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Ach, so. Ah, die hab ich ja jetzt. Jetzt darfst du drüber reden. Jetzt hab ich's ja. Nu? So, jetzt wird's wieder lustig. Jetzt muss ich irgendwie den Weg bis dahin finden. Nach Akon. So war's. Akon war man ja noch nicht. Hä, warum ist denn da am Mond? Hm, komisch. Wir müssen nach da unten. Wir müssen jetzt erstmal hier einfach bloß geradeaus. Nehmen wir den noch mit? Könnten wir eigentlich, ne? Den haben wir so ein bisschen... Ja! Ein bisschen Wegpunkt. Ja! Dum dum, da 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 dum. Ja, ja, Leute. Tag. Keine Zeit. Keine Zeit für euch. Ich bin noch alles. Oh, 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 oh. Oh! Oh! Werde ich bloß nicht! Yes! Okay! Renn weg, du! Feigling! Und der... Und die Wache hier steht hier rum und freut sich wort! Naja, wenn sie meinen... Wenn sie meinen, das muss so sein... Wollen wir sie nicht davon abhalten, wa? Jut, den müssen wir jetzt da hoch... Brrrrt! Okay, und einmal... Bitteschön! Wunderschön! Wunderschön! Vier von zwölf! Ist doch mal schön! Ich will nicht so ein dreckiges Pferd! Ich will ein schönes Pferd! So, wir sind jetzt da! Dann nehmen wir den Aussichtspunkt hier noch mit! Und den dann noch! Und dann sind wir da! Genau! So machen wir das! So ist jetzt schön! So muss jetzt sein! Wenn ich da jetzt weiter... Halt! Wunderschön! Ich bin jetzt so... Einfach bloß gerade... Müsste ich doch jetzt da lang, oder? Hm... Das ist ja schon komisch hier mit der Wegfindung, ey! Ich gucke nach da! Und will nach da! Und will nach da! Dann muss ich jetzt hier rum! Bin ich jetzt richtig? Jetzt bin ich richtig! Okay, jetzt können wir auch schneller! Hehehe! Wo renne ich jetzt überhaupt hin? Das ist jetzt für immer noch richtig! So lange keiner mit dem Bogen ist, habe ich eigentlich nichts zu befürchten! Na, piep mein's! Okay, dann haben wir den Aussichtspunkt auch! Super! So, die kommen auch nicht hinterher! Wir müssen eigentlich bloß auch geradeaus runterflitzen und dann sind wir noch da, ne? Da wollen wir hin! Und dann gehen wir nach Akon! Genau! Gut, bis dahin werde ich mich mal hier verstecken! Schade, dass ich den jetzt nicht ausschalten kann! Ah, mein Pferd hier kommt, will ich es hinterher! Ist doch mal schön! Jut! Ich werde jetzt hier aber Päuschen machen, ne? Weil vierte Stunde und so, wisst ihr ja Bescheid! Und dann sage ich mal wieder Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bitte vergesst das bewerten nicht! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge! Also bis dennne dann!